Hi Leute und willkommen zurück zu Octopus Traveller 2. Wir haben im letzten Part ein bisschen für die Gelehrten was geschafft. Also, da haben wir jetzt niemand dabei. Aber wir haben neuen Gelehrten Sachen bekommen und noch eine Fähigkeit für Gelehrte, also das ist schon ganz gut gewesen. Greg ist noch immer der Alte zu meinem Leidwesen. Okay. Moment, nein, ich möchte nicht bezahlen. Seitdem ich das letzte Mal hier war, ist Melia richtig groß geworden. Person verhören? Nö. Auflauern? Nö. Informations für 50. Nö. Einfach nö. So, wir sollen aber hier oben hin. Hi. Ich habe keinen Tropfen angerührt. Naja, vielleicht ein oder zwei. So, kommen wir nochmal. Oh mein Gott. Wenn es nicht Castee ist. Diese Person scheint mir zu erinnern. Ich entsprache für die eine Intrusion. Aber ich würde gerne eine Zuschauer mit Frau Rosa bitten. Die Worte von deinem Kommen hat uns bereits erreicht. Diesen Weg, bitte. Okay. Hier dürfen wir endlich mal rein. Ähm, ist hier denn irgendwas? Nichts, was ich klauen darf? Schade. Ich habe keine Kisten. Warum? Hi. So. Frau Rosa befindet sich in ihrem Gemächchen im Obergeschoss. Doch, hier waren wir schon mal drin, aber damals waren schon keine Kisten. Doch, die eine. Ja, gut. Ach, die ist das gewesen. Ja, okay. Jetzt endlich mal wieder. Ich war eigentlich gar nicht so lange her, aber ich habe schon die vergessen gehabt. Ah, Castee. Gut zu sehen. Okay. Ich bin auch nicht so lange, Frau Rosa. Ich weiß nicht so lange, Frau Rosa. Ich bin einfach sie. Ich bin so lange in die Formalität zwischen alten Freundinnen. Ich bin so glücklich. Ich bin echt nicht so. Es gibt Zeit für das später. Du brauchst eine Medizin. Ich werde... Kein Problem. Ich habe schon einige. Das ist die Medizin, die du mir vorbereitet hast. Es ist? Es gibt viele Apothekärer, die mich vor, bevor du kam. Sie haben mich nichtkürbar. Aber du bist anders. Ich bin meine Leben an deine Fortitude und Werte. Oh, ich bin froh, dass ich dich konnte. Ich bin froh, dass ich dich helfen kann. Kannst du mich überprüfen? Die Medizin erscheint, dass die Veränderung der Veränderung der Veränderung ist. Aber dein ganzes Körper zeigt, dass du schilder Paralysis ist. In diesem Fall, du wirst noch ein paar Monate dauern. Ich bin froh. Ich bin froh. Nur ein paar Knochen von Sand bleiben in meinem Zeitraum. Aber ich wünsche mir nur noch ein bisschen länger leben. Rosa. Ich bin froh. auch eine Frau. Ich brachte du meine Medizin. Die Kaste? Es bin ich, Malia! Es hat so lange. Ich habe die Bäume aus dem Herbgarten jeden Tag, so wie du mir sagst. Herbgarten? Welcher Herbgarten? Das, was du für uns geplant hast. Für Mutter. Ein Herbgarten? Mit den richtigen Herben kann ich ein spezielles Elixir für Rosa machen. Würdest du mir diesen Herbgarten zeigen? Es wäre mein Glück. Der Herbgarten ist neben dem Haus. Ich gehe in die Hände und es locken. Okay, können wir da jetzt nicht rein. Schau mal, Rosa. Ich werde wieder zurück. Kasti, wie ist Frau Rosa? Ich werde nicht sagen. Sie hat lange. Nichtsdestotrotz. Sie kämpft mit all ihrer Kraft, um aufzuhalten. Ah. Frau Rosa schützt wegen ihrer Familie und ihrer Vergangenheit. Malia ist noch ein Kind von 11 Jahren. In den Regionen unserer Lande. Sie kann sie nicht ihre Mütze umsetzen, bis sie 12 Jahre alt ist. Ach, deswegen will sie noch länger leben. Wenn die Frau verirschte, bevor sie ihre Daughter umgeht, ihre Lande und ihre Titel passen zu ihr nächstes Kinn. Also, Rosa will ihre Mütze umsetzen zu Melia. Das ist, warum sie so schwer ist. Ich werde alles, was ich kann für sie. Ich versuche dir. Ich werde sehen, dass Rosa's hopes nicht krummeln sich um sie. Okay. Give me the gun. Hi. Als nächstes Kinn. Diese Pflanzen sind sehr gut gefeiert. Ich habe sie jeden Tag gekauft, Kasti. Wie Sie mir gelernt haben. Du bist eine gute Frau, Malia. Danke. Danke. Skalbarkleaf, Snowgrass... Ich kann nicht vergessen, die Blutbärchen. Du kannst nie genug Blutbärchen haben. Ich sollte Malia fragen, wo sie sind. In der Tat, meine Heimat ist schließlich eine Wüste. Gärten sind dort ein seltener Blick. Insbesondere solche, die so reich an Blumen sind wie dieser. Dieser Garten dient nicht bloß der Ziele. Alle Pflanzen hier haben die Gabe, Leben zu retten. Sie sind also beisam für Körper wie Geist. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch für meine Freunde in Kuh einen solchen Garten anlegen kann. In dir steckt ebenso viel Güte wie den Pflanzen hier. So, dann... Wenn du etwas über den Kräutergarten wissen möchtest, dann frag mich einfach. Machen wir. Aber er ist so am Tag. Rosas Tochter, sobald sie das zwölfte Lebensjahr erreicht hat, kann sie die Nachfolge ihrer Mutter als Hausvorstand der Familie Glenville antreten. Und ist auch fest gewillt, dies zu tun. Sie bewundert ihre Mutter zutiefst und eifert ihr schon lange Zeit nach. Heilkräuterkunde. Dankeschön. Dankeschön. So, dann... Nehmen wir nochmal die Beeren hier. Was noch. Und davon was. Sehr gut, die Zutaten für Femizin hätte ich. Jetzt muss ich sie nur noch mischen. Äh, ja, mach mal. Das ist gut. Das muss es sein. Danke, Malia. Hey, Kasti... Ist... Mutter? Ist sie... gonna die? Ich werde nicht betrachten, Malia. Ich bin sorry. Nein, es ist alles gut. Danke für ehrlich sein. Ich habe mit ihr all diese Zeit gesehen und habe sie gesehen, dass sie stärker werden. Ich erwartet das. Selbst nachdem sie sich bedritten wurde, sie hat immer noch unsere Stadt über alles gelegt. Ich... Ich will folgen in ihren Fußstufen. Ich will sie wissen, dass ihr Geist wird in meinem Leben leben. Hm. Warum muss ich warten, bis ich 12 bin? Oh, Rats! Ich sollte nicht deine Zeit verraten, während deine Mutter noch braucht. Es ist alles gut, Malia. Und ich versuche dir, dass ich alles in meinem Macht mache, um zu sehen, dass dein Geist wird. Komm schon. Deine Mutter ist wunderschön. Okay. Einmal zurückgehen. Und hoffen, dass wir eine neue Medizin jetzt haben. Aber hätten wir das nicht früher auch schon machen können oder hatten wir das Wissen da noch nicht? Keine Ahnung. Wenn sie bestimmt noch erklären oder so. Wer ist das denn? Er ist ein Arsch. Okay. Warum nicht nur sterben? Keine Ahnung. Ich schaue nach deinen Land und... Wer ist das denn? Wer ist das denn? Es ist Kaste. Siehst du sie nicht? Kaste? Oh, ja. Ja. Das Healer. Eine von diesen Heeres Apothecaries. Du hast du dein Zeitpunkt hier verraten. Rosa wird es schlafen. Und... Es gibt nichts, was du... Es gibt nichts. Es gibt nichts. Ich werde dir nicht verraten, dass du unseren Geist schlafen hast, Gregg. Hey. Keine Ahnung, dass du alles schlafen kannst. Alles, was ich sage, ist... Wenn du etwas zu sagen kannst, kannst du es zu mir beantworten. Ich bin die Frau von dieser Haus. Oh, gut. Ich habe meine Gefühle in diesem Ort für heute. Insofern, ich bin ein Gast in dein Haus, auch. Hugen. Sehr gut. Wenn du mich folgst... Jetzt wird sie entführt, oder? Lady Malia. Are you sure? Of course. I shall handle this. Damn. Why'd that hero have to show up now? I am sorry you had to see that. Gregg is my nephew. He's not a bad man. He simply wants to change this town for the better. Yet, he is too hasty. He plans to force his vision upon the people, and in his hurry to help, igno- him. So that's why you're so desperate to have Malia inherit your title. Forgive me, but I think I need to rest now. Rosa. I've made an elixir for you. It should ease your pain. So. Einmal helfen. Uh, yeah. I'll give you this. Here. Drink deep. Sleep. Thank you, Kasti. I'm already feeling better. I recommend you get some rest. Sleep will aid the medicine in its work. You haven't changed one wit, Kasti. What was it that you always said? Ah, yes. I only wish to extend a helping hand to all in need. Even without your memories, you are still the same old Kasti. Hatsky. Rosy. Hatsky. Chady. If I may have a word? I've found this out front. A letter? Apothecary, wir haben Malia. Wenn du sie wieder einmal sehen möchtest, komm in der Tavern in der Thiefs' Quartier, alleine. Malia. Ich habe die ganze Manor recherchiert und keine Ahnung von ihr. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was will ich sagen, Frau Rosa? Wo ist die Tavern, die sie in der Letze gesprochen haben? Auf der Norden der Tavern. Aber die Thiefs' Quartier ist zu gefährlich. Leute... Du kannst nicht sagen, dass... Ich mache. Ich will sie zu retten. Aber... Stay with Rosa and don't worry about me. I can take care of myself. Okay, Thiefs' Quartier. Kersti, ist dir in letzter Zeit wieder etwas Neues eingefallen? Leider nichts. Zumindest nichts Wichtiges. Ehrlich gesagt, macht mir das etwas Angst. Was macht dir Angst? Der Gedächtnisverlust. Manchmal tritt so etwas auf, wenn Menschen versuchen, ein schlimmes Trauma zu verdrängen. Vielleicht wäre es besser, meine Vergangenheit einfach rumzulassen. So geht es nicht, Kersti. Du bist ein guter Mensch und eine tadellose Apothekerin. Das beweist dein Handeln. Nie im Leben hast du in der Vergangenheit etwas Schlimmes verbrochen. Danke, Timinus. Du bist heute wirklich nett. Heute? Ich dachte eigentlich, das wäre ich immer. Okay, Diebesviertel. Ups, wie lang? So, neben diesem Diebesviertel waren wir auch schon mal. Hi. Ich komme später mal vorbei, wegen meiner Frostbäuen. Okay. Dann helfen wir dir. Ganz bestimmt. So, Diebesviertel. Möchte ich loswerden hier? Ja, heute ist es soweit. Was denn? Ah. Darf ich irgendwie hier wegschöpfen? Schwerer Münzbeutel. 75%. Ist okay, aber... Nee, okay. Hätte ich weg. Nee, durch, könnte ich auch nicht. So, hier waren wir schon mal drin. Aber hier müssen wir wieder rein. Oh. Stimmt, das weiß ich da wäre. Okay. Hey, wir kommen noch mal drin. Okay. Hey. Was wünscht ihr, dass du von dieser Trägerie gewonnen hast? Oh, das ist einfach. Ich möchte, dass du zuhörst, um zu Rosa zu reden, und raus aus meiner Stadt. Du willst diesen Titel so schlecht? Ich bin Visionärin. Ich werde diese Backwater-Berg in eine lebendige Metropole, wie Clockbank. Aber diese dumme, Rosa, ist zu stark in der Vergangenheit, um die Zukunft zu sehen. Ich habe irgendwann angefangen zu denken, dass ich einen besseren Job als sie. Ich kann diese Stadt ändern. Du würdest sie jetzt pressieren, wenn sie eine Krankheit ist? Es ist für ihre eigenen Worte. Sie sollte die Stadt mir geben und verbrechen, damit sie sich beschäftigen. Ich habe fast sie überzeugt. Aber du wirst all meine Arbeit verbrechen. Ich werde das nicht schwer machen, als es muss sein. Lass mich, und ich versuche, dass ich Malia nachher senden. Ich werde das nicht mehr verbrechen. Blah, 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 Blah. Kannst du schon aufhörst? Lass uns zu dem Punkt. Du willst diesen Busybody weg, oder? Ja? Da ist ein leichter Weg, um sie zu verbrechen. Warte, was du planstest? Warte, was du planstest? Okay, machen wir erstmal wieder ihre beiden Heinis dabei kaputt. Ah, gut, dass es Nacht ist. Gut für uns zumindest. Zumindest für den Anfang. Okay, wir müssen sie sogar einmal angreifen hier, vorher. Warte. Ah, wieso? Axt. Auch nicht. Start. Wow. Okay. So. Vorbei, ist gut. Wow. Okay. Was mache ich? Schwert. Nö. So, Apotheker Fähigkeiten. Wir nehmen mal. Genere mal Verbindungen für drei Rhythmen. Nach seiner Reaktion GP. Genau, das gibt es dem Enos. So, Schwert wollte mich. Lanze. Das gibt es doch nicht. Keine Schwäche gegen uns? So, hab das jetzt oder was? Glaube ich ja nicht. Alle gehen auf T-minos. Wow. Okay. Einschlag wieder hoffentlich raushalten. Lanze. Durch. Ne. So. Ah doch, passt schon. Ah, heilende Hand auf T-minos. Mensch, war. Das ist knapper, als es sein wird, das werden sollte. Aber wenn sie ihn so hat, unter Druck setzen. Okay, da hat er einfach keine Schwäche. Bogen höchstens noch, aber. Ähm. Ähm. What's the hell? Okay. Kriegen eventuell ein Problem? So ein ganz kleines? Vielleicht? Ich weiß auch nicht. Wollen wir mal den dazu hauen. Now it begins. Ah, der hat wenigstens Lanzen Schwäche. Der hat gar keine Schwäche. Warum auch immer. So, Lanze. So, dem werde ich am liebsten schon mal loswerden. So, du wirst. Behandlung auf Hikari. Oh. So. Ruf einen Begleiter in den Kampf. Ah, vielleicht noch nicht. Wunden heilen. Das für alle. Flammengebet. Physische Metallischverteidung zu verbinden. Erhöhen. Ah, is wrong? Ja, komm. Verbesser es immer ein bisschen. What? Wieso wird ein Insel umgebracht? Toll. Die ganzen Punkte sind weg. So. Ähm. Ja. Die haben aber echt Schaden raus. Neffig. So, Bogen. Okay. Ähm. Die Fähigkeiten. Verringer für zwei Runden die physische Verteidigung. Okay, jetzt hat sich das nur aufgehoben, gegenseitig. Ähm. Ja. Einmal Lanze. Now it begins. Ne. Ist der falsche. Herrlos. Jetzt schläft drei Runden. Wow. Erstmal sich selber heilen. Dieses Schrift hier mir los. Achso, aber da geht der Tode. So. Hier ist der Mann. Ähm. Und du. Ich hab nicht viel. Ne. Ich lass das einfach mal. Vielleicht brauch ich das nochmal wieder zum Brechen. Uh. Können sie wieder aufhören? Alter. Was ist denn mit ihr? So. Oh shit. So. Wir hatten aber. Ähm. Für zwei Deutschangriffe. Genau. Die Fähigkeiten waren gar nicht so schlecht zum selber heilen. Brauchst sie gerade nicht. Kriegerfähigkeiten. Verweiler. Drei Runden physischen Angriff. Ich hab alle positive Effekte eines Gegners auf. Ja. Ist doch schon mal gar nicht. Hä? Positive Effekte aufheben. Warum hat sie immer noch den Boost? Versteh ich nicht. So. Du musst erst mal heilen. Ikari genau. Ähm, Schwert So, ganz schön Nächste Runde, warte mal, Ikari hat auch einen Lanze, ne? Vorbei, dreimal angreifen Das wäre schon mal gar nicht so verkehrt So, du kannst Aha, nein Schade Warte mal, ein Versuch wert Ähm, Bogen Ja, wie ist eine Schwäche da? So, ähm Cigarette Throne Hat nichts, ähm Das heißt, du willst eine Heiltraube benutzen? Hier Vielleicht hat ich gerade irgendwas verkehrt Oh shit So boosten sie sich denn alle Wenn sie rundfährt Äh, er schläft natürlich Au Ähm Ähm Mach das Die Angriffe sinkt Bogen Ähm Sie kann aber Tishikari heilen, oder? Axt Axt Hm Ich will eigentlich so voll drauf hauen, ne? Aber ich hab nichts Mach die Kabi einmal voll Das ist vielleicht mal das Beste, was ich machen kann So, und du? Hast du ein Schwert Durch Das bringt mir gar nichts Das ist doch dumm Was? Was bitte war das denn jetzt? Wow Wow Ähm Das ist unfair Das ist richtig unfair Ja, ne? Dann bin ich wohl tot Krass Alter Einfach mal drei Leute mit einem Schlag abgehauen Ja Kann ich nichts machen Wow Drei Leute mit einem Schlag Ich komm gar nicht drüber hinweg Der letzten Speicherpunkt, ja Müssen wir ja machen Wo hab ich denn gespeichert überhaupt? Massen wir die Cutscenes nochmal durchlaufen Hast du gespeichert bevor wir runtergegangen sind? Das ist okay, schätze ich Ähm Ja Gut Ähm Ich werde offscreen unsere Leute ein bisschen Ähm Ja Leveln Da wird nichts anderes übrig Ähm Gut Dann machen wir erstmal Schluss für heute und Bis zum nächsten Mal Ciao